So, das ist die Franz-Grober-Straße, ausgestimmt vom Bus, Heiliger Obens, 2012, so, am Heimweg, vom Bus, So, jetzt grober stoßen kann, weil so liegt nur ein bisschen Schnee, aber es schaut mehr oder weniger nach Frühling aus. Ja, da fahren wir die Hüten da. So, jetzt müssen wir mal schauen, was da ausschaut. Das ist zu meiner Antenne hin, zum Untersberg. Das ist schlecht, da schaut der Untersberg hervor. So, auf nochmal, ist da ja. Na ja, Wasserlocken am Boden. Na ja, ist heute Winter, aber trotzdem schaut es frühlingsmäßig aus. Die Saison da oben ist eigentlich nicht gebraucht. So, dabei ist es, da schwindzt wieder. Jetzt seid ihr aber da in Untersberg, nicht da oben, die Antenne im Hintergrund. Geht gar nicht so gut. Wo der Nachbar aus... Na, das geht nicht gut. So, das hier ist das OL2-KG-Haus, Franz-Grober-Straße 7. Da schaut der Untersberg hervor. So, jetzt gehen wir weiter. So, das war sozusagen der Retourweg. Ein Heimweg vom Bus. Aha, da ist ein Flieger, da ist einer unterwegs. Flieger irgendwo in Urlaub, oder so. So, ist er weg. So, und jetzt Kondellstreifen. Und da oben, der Antenne. Ja, da ist sie in der Menge Kondellstreifen. So, aha. Wenn wir den Buskosten ausleeren. Ist auch was drin. Nochmal. So, Ende. So, jetzt. So, jetzt.